Hallo und herzlich willkommen zurück bei No Man's Sky. So, wir sollen ein Terminal bauen, da bauen wir 25 die Wasserstoffe, das können wir hin. Das haben wir noch. Die Frage ist nur, wohin setzen wir das? Können wir hier? Ne, das geht da nicht. Das schaut da doof aus. Gut, da ist kein Platz, dann würde ich fast sagen, bauen wir mal hier weiter. Also brauchen wir zuerst doch eine Struktur, klein, würfelförmiger Raum klingt gut, dann brauchen wir ein Sphäritfahrzeug. Mehr damit. Das ist schon mal gut. Dann bauen wir ihn mal da her und jetzt bauen wir den Terminal da her. Okay, jetzt sollen wir mal einen anstellen, dass wir mal hinkriegen, denke ich, das reine Färit kommt wieder daher. Der die Wasserstoff kommt wieder daher und dann gehen wir mal einen anheuern. Dazu verwenden wir aber gleich mal das da. Immer daher auf die Station. Ich glaube, wir haben ja einen finden, hoffentlich. wir kommen ein, 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 ein bisschen mehr Sie auf die Schlange haben. Hallo. Okay, dann stell mal einen ein. Hoho, bist du? Ja, ja, natürlich, ich bin also schon... Natürlich, ja. Nee, das Raumschiff ist klein. So, ab zu meiner Basis. Geht doch viel schneller als hinten. Ja, hab ich bisschen. Hallo, Fahrzeugtechniker. No? Mhm. Grüßen. Mhm. Akzeptieren. Eine Roma-Geobucht. Okay, vier Ionen-Akkus, fünf Metallplatten. Ähm... Habe ich da gekriegt? Ein mittleres Upgrade für den Exo-Fahrzeug-Anrieb. Ja gut, das bräuchte ich aber nicht im Roma, das bräuchte ich im anderen. Achso, ich stelle fest, dass ich schon eine habe. Kehre zum Techniker zurück. Gut. Ach, den habe ich, glaube ich, schon gebaut. Kommt da drauf, dass ich das schon habe? Wäre gut, weil dann brauche ich nicht noch einmal bauen. Ja. Okay, gut. Ja, dann wollen wir die Quest so machen, sind wir schnell durch. Ich steh doch vor ihm. Mhm, 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 mhm. Okay, ja, ist kein Problem. Ja, natürlich. Natürlich. Watt, Kanona. Äh? Mhm. Mhm. Was soll ich uns noch wünschen? Achso, kehre jetzt zum Techniker zurück. Gut, mach mal. Cool. Okay. Uh-huh. Okay. 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 Let's go. Okay. Das Terminal reicht. Gut, dann gehen wir mal kurz zum kleinen Auto. Ich gehe mal nicht durch. Ich weiß nicht, ich habe nur zweieinhalb Minuten. Hallo. Oho. Oh, komm, Renner. Ah. Bando! Oh, okay. Okay. In der Übertragung. Oh. Oh, das sitzt hier einer. Hi. Miss? Uh-huh. Abwarten. Oh cool. Wollen wir es mitgeben? Bergbaustrahl-Modul S, ja, Bergbaustrahl-Modul S, mhm, ähm, Bergbaustrahl-Modul S, mhm, ähm, Bergbaustrahl-Modul S, wenn wir ehrlich sind, den benutze ich doch eh nicht, oder? Machen wir den weg. Da hab ich schon Reis. Okay, so, ähm, Tankgröße, okay. Okay, was haben wir da noch? Spitzengeschwindigkeit erhöht. Ich finde das gar nichts, wenn man die zusammen tut. Aber nicht. Okay. 80 Aliens getroffen. Da, ich schau dich einfach an. Ach, ich schau dich einfach an. Ja, ich bin kein Problem. Wie ist das? Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Das ist das. Ich bin kein Problem. Wie ist das? Nichts, warum? Aber nicht. Wir fuhren alle Knollen. Heim! Aua! Mann! Ich will doch nur heim. Was ist denn das da? Waren wir schon. Glaube ich. Ich habe jetzt auch nur eine Minute. Ich habe doch hier keine Autobahn. Ich will doch nur eine Minute. Nichts. Was sagen wir, dass du sie hast? Ich sag die Wahrheit. Gut, er ist sehr schnell wieder geboren. Ich bin... okay. Aha. 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 Ja, ist okay. Mache ich. Meines Wissens habe ich aber auch den schon. Haben wir mal was mitkriegt? Ja, kriegt er mit. Dann reden wir wieder mit ihm. Aha. Nach Nahen Fragen. Aha. Ich komme mal so bekannt vor, aber mit anderen Namen. Keiner. Keiner. Ja. Aha. Ich war zu früh bei ihm. Okay. Ja, ich habe den Minenlaser natürlich schon gebaut. Bestätigen. Aha. Eine sichere Untergrundparkanlage für das neueste Nomadenfahrzeug. Okay. Okay. Ja. Er braucht magnetisiertes Ferrit. Dann gehen wir kurz einmal. Mhm. Magnisiertes Ferrit. Und... Wechselanzug. Ich will nicht jetzt garantiert was haben davon. Geben. Geben. Nargust B upgrade. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Annehmen. So. Ein Upgrade für den Exosignalbooster. Jetzt müssen wir mal schauen. Haben wir in dem kleinen Ding jetzt wirklich schon. Ähm. Lass mich mal da durch. Ähm. Minenlaser haben wir. Ich hätte gerne... Ja, aber wenn wir A auch schon haben. Warte mal. C, B, A, S. Was? 100% scannen, plus 100 scannen. Okay. 2 Millionen Akkus. Mhm. Mhm. Hör zwei Millionen Akkus. Hör zwei Ohne Ahnung. Ja. Aua. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Also zwei Ionen-Akkus. Einmal, zweimal, Anzug. Dann brauche ich auch noch Gold. Taster bitte in den Lagerbehälter, in den Lagerbehälter, in den Behälter. Wo ist das Gold? Wo ist ein Gold? Da. Okay. Okay. Ich da aber theoretisch ja auch. Was hast du für ein hübsches Schiff da? Schaut so ähnlich aus wie meins. Oh. Auch wenn es so ist wie meins ist, ist da deutlich weniger Platz. Okay. Kannst du mir was verkaufen? Ich glaube aber nicht, dass er Katnirn hat. Oh, der hat gar nichts. Ich will ihm nichts verkaufen. Na gut, danke. Echse-Fahrzeug-Signal-Booster. Oh. 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 Echse-Fahrzeug-Signal-Booster. Einen Mikroprozessor. Aromatisches Metall- und Nanostoff-Boer. Okay. okay. Das ist ein Exofahrzeug. Das ist wohl. Na Ja Gut Warum müssen wir mir helfen? Okay Ich habe doch das Upreach im Boot Hätte ich das nachher machen sollen Ähm Exo-Fahrzeug Ah, geht das doch Zwei Ionen-Akkus, zwei Mikroprozessoren Und jetzt bräuchte ich noch zwei Ionen-Akkus Zwei Ionen-Akkus, bitte Okay Fertig Das haben wir schon gehört, wir waren zu früh da Nach den reisenden Fragen So Kann ich jetzt mit ihm reden? Ja 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 Okay Okay So wie das in Rändern wahrscheinlich Ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute, sondern Mh Im nächsten Mal So Kanonenmodul Mh Kann man das einfach mal Mh Das sind 200 Mal Scannen besser Das sind 200 Mal Scannen besser Bei dem hier Ah ja Die Brustkistalle sind schon wieder fertig Verdammt schnell Brustwurz Okay 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 Danke Tschüss